Die Aktien des chinesischen E-Commerce-Unternehmens Alibaba sind nach der Ankündigung, sich in sechs kleinere Unternehmen aufzuspalten, um 15 Prozent gestiegen. Mit der Entscheidung werden Geschäftsbereiche wie Online-Handel, Medien- und Cloud-Dienste selbstständig, mit eigenen Vorständen und Vorsitzenden und unabhängigen Kapitalbeschaffungsmaßnahmen. Mit diesem Schritt will das Unternehmen aus China flexibler auf Marktveränderungen reagieren und den Wert der Geschäftsbereiche steigern.